Lektion 11. Jetzt oder später? Chris, wohin gehst du? Ich gehe in den Laden. Ich muss etwas kaufen. Wirklich? Ich muss auch in den Laden. Möchtest du mit mir kommen? Ja, lass uns zusammen gehen. Möchten Sie jetzt oder später gehen? Jetzt. Was? Jetzt wäre besser. Okay, los geht's. Sollen wir laufen? Nein, es ist zu weit. Fahren wir los. Lektion 12. Haben Sie genug Geld? Laura, was machst du heute? Ich gehe einkaufen. Wann reist du ab? Ich werde gegen vier Uhr los. Werden Sie ein Schinkensandwich für mich im Laden kaufen? Haben Sie genug Geld? Ich bin nicht sicher. Wie viel haben Sie? Ich denke, es ist in Ordnung. Ich habe auch zwei Kreditkarten. Lassen Sie mich Ihnen noch 10 Dollar geben. Danke. Bis später. Auf Wiedersehen. Lektion 13. Wie geht es Ihnen? Hallo Richard. Hallo Karin. Wie geht es dir? Nicht so gut. Warum? Ich bin krank. Tut mir leid, das zu hören. Es ist in Ordnung. Es ist nicht ernst. Das ist gut. Wie geht es deiner Frau? Sie ist gut. Ist sie jetzt in Amerika? Nein. Sie ist noch nicht da. Wo ist sie? Sie ist mit unseren Kindern in Kanada. Ich verstehe. Ich muss jetzt gehen. Bitte sagen Sie Ihrer Frau, dass ich Hallo gesagt habe. Okay. Ich rede später mit dir. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Lektion 14. Einen Freund vorstellen. Robert, das ist meine Freundin, M.R. Smith. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich, Sie kennenzulernen. M.R. Smith, was machen Sie beruflich? Ich bin Arzt. Oh, wo arbeitest du? Krankenhaus der New Yorker Universität in New York City. Wie geht's? Ich bin ein Lehrer. Was unterrichtest du? Ich lehre Englisch. Woher? An einer High School in New Jersey. Das ist schön. Wie alt sind Sie? Ich bin 32. Lektion 15. Ein Hemd kaufen. Entschuldigung. Hallo Herr, darf ich Ihnen helfen? Ja, kann ich bitte das Hemd im obersten Regal sehen? Sicher. Hier ist es. Wie viel kostet das? 50 Dollar. 50 Dollar. Das ist zu viel. Wie wäre es mit diesem? Es ist für nur 35 Dollar im Angebot. Ich mag das nicht. Wie wäre es mit dem neben den schwarzen Handschuhen? Es ist dem sehr ähnlich, dass Sie mögen. Das ist schön. Wie viel kostet das? 30 Dollar. Das wird in Ordnung sein. Ist diese Farbe in Ordnung oder möchten Sie eine andere Farbe? Das blaue ist in Ordnung. Benötigen Sie noch mehr dieser Shirts? Ja. Wie viele wollen Sie? Ich nehme noch zwei, einen roten und einen weißen. Lektion 16. Nach dem Standort fragen. Entschuldigung. Ich suche das Holiday Inn. Wissen Sie, wo es ist? Sicher. Es ist diese Straße runter auf der linken Seite. Ist es weit weg von hier? Nein. Es ist nicht weit. Wie weit ist es? Ungefähr anderthalb Meilen. Wie lange dauert es, um dorthin zu gelangen? Fünf Minuten oder so. Ist es in der Nähe der U-Bahn-Station? Ja. Es ist sehr nah. Die U-Bahn-Station befindet sich neben dem Hotel. Sie können dort spazieren gehen. Danke vielmals. Lektion 17. Kennen Sie die Adresse? Entschuldigung. Weißt du, wie man zum Einkaufszentrum kommt? Klar. Ich habe dort gearbeitet. Fahren Sie etwa eine Meile geradeaus und biegen Sie dann an der Ampel links ab. Das Einkaufszentrum befindet sich auf der rechten Seite. Kennst du die Adresse? Ja. Die Adresse lautet 541 Main Street. Kannst du es mir bitte aufschreiben? Kein Problem. Ist es schneller, wenn ich die Highland Avenue nehme? Nein. Dieser Weg ist länger. In dieser Straße gibt es mehr Ampeln. Ich denke, du hast recht. Danke dir. Lektion 18. Urlaub nach Kanada. Was ist das heutige Datum? Es ist der 5. Juli. Wann machst du Urlaub? Ich reise am Sonntag ab. Wir gehen nach Kanada. Wirklich? Übermorgen? Das ist sehr bald. Ja, ich weiß. Wie lange wirst du dort bleiben? Circa zwei Wochen. Wann kommst du zurück? Ich komme am 17. In Ordnung. Gute Reise. Lektion 19. Wer ist diese Frau? Josef, wer ist diese Frau? Das ist Susanne. Was macht sie beruflich? Sie ist Anwältin. Ist sie Amerikanerin? Nein, aber sie spricht fließend Englisch. Sie ist wirklich groß. Kennst du sie? Ja, ich kenne sie. Wir sind Freunde. Wer ist der Mann, der neben ihr steht? Welcher Mann? Der kleine Kerl rechts von ihr. Was ist sein Name? Oh, das ist Matt. Er sieht wirklich gut aus. Ja. Kennst du ihn? Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, meine Schwester kennt ihn. Ist er verheiratet? Ja, er ist verheiratet. Ich erinnere mich jetzt, ich habe ihn vorher getroffen. Lektion 20. Häufig gestellte Fragen. Brian, kannst du Englisch sprechen? Ja. Wo hast du gelernt? Ich habe im College gelernt. Du sprichst wirklich gut. Danke dir. Wie lange bist du schon in den USA? Drei Wochen. Ist Ihre Frau bei Ihnen? Ja, sie ist erst gestern hier angekommen. Warst du schon einmal in Kalifornien? Nein, ich war noch nie dort. Waren Sie schon einmal in Las Vegas? Ja, ich war dort einmal auf einer Geschäftsreise. Danke fürs Zuschauen. Und bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Tschüss. 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 Tschüss.